Okay, er ist jetzt also da mit einem Hammer und dem Glas... Ähm, okay, das ist auf jeden Fall richtig, richtig ver... Alles klar? Uh! 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 Was ist denn da, Leute? Willkommen zu dem Befriedigungs-Videopart 9, Leute. Das müsst ihr euch unbedingt vom Schlafen gehen angucken. Ihr werdet dann nämlich richtig angenehm einschlafen, Leute. Und, denkt dran, lasst uns hier auf diese Episode wieder 10.000 Likes schaffen, wirklich, Leute. Ich muss euch einmal kurz was mitteilen. Es haben nämlich einfach 70% von euch noch gar nicht abonniert. Ja, ihr guckt mal die Videos, aber ihr habt mich noch gar nicht abonniert. Keine Ahnung, warum. Guckt mal unten, ob der rote Button noch gar nicht grau ist. Deswegen, Leute, macht das mal. Ich gebe euch sogar ganz kurz zwei Sekunden Zeit. Ehrenhaft, vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Dafür, dass du jetzt abonniert und geliked hast, hast jetzt einfach mal sieben Jahre lang Glück. Uh! Wie die einfach perfekt hier am Schaukeln sind. Ich meine, da muss ja jeder mitmachen. Und der macht jetzt hier die schnellste Box quasi mit Ducktape. Leute, guckt euch das mal bitte schon an. Wer soll denn das auspacken? Da musst du ja mit einer Säge ran. Da reicht es ja gar nicht mehr, mit einem Messer ranzugehen. Und hier, Alter, die ganzen fünf Eigelbe hier. Alle werden sie perfekt zerdrückt. Und so wird also quasi so ein Zaun. Wer kennt diesen Drahtzaun? So wird da quasi einfach aufgerollt. Alter Schwede, Mann. Oha! Was hat die bitte schon für lange Haare? Rapunzel aus Asien oder was? Guck ich das mal an und ich mach das einfach mal so einen riesen Zopf da rein. Uh! Okay. Der hat anscheinend richtige Skills mit... Ach, der macht eine Ahornsirup-Waffe oder was. Höh? Okay. Das heftige ist ja sogar, dass die auch noch komplett realistisch aussieht. So. Hier. Dafür ist also dieses Spielzeug gut, Leute. Ich dachte, man wirft eine Treppe runter und dann fällt es einfach nur runter. Aber hier. So muss man es einfach verwenden. Sieht aus, als würde er irgendwie das fünfte Element bändigen. Einfach so? Oh! Was ist das bitte schon für ein heftiger goldener Schleim, Leute? Jetzt mal ohne Witz. Ich weiß nicht warum, aber ich würde es am liebsten einfach essen. Vielleicht darf man es gar nicht essen, aber ich würde es einfach gerne machen. So. Hier wird jetzt alles perfekt so vermischt. In so einem richtig schönen Regenbogen, Leute. Oh! Und sowas haben wir auch schon mal ganz oft gesehen, aber es ist einfach zu nice anzusehen. Der Domino-Effekt mit diesen Gläsern rein. Alter Schwede, Mann. Ohne Flachs. Das sieht immer so heftig aus. Wie auch nichts daneben geht mit dem Glas oder so. Sondern halt, dass es perfekt da reingeht. Und hier. Leo. Was sind das denn für Riesennudeln, Leute? Ohne Spaß. Richtige Riesen-Makaronis. Und. Oh! Es sieht aus wie so eine Tasche, wenn man es zerschneidet. Hier auch wieder so eine. Es sind glaube ich Flips oder so, ne? Aber dann werden die quasi mit so einer Maschine so zusammen gemacht. Und hier haben wir wieder unseren goldenen Schleim. Weil wir noch nicht genug davon hatten, Leute. Und jetzt einfach. Ah, macht es kaputt. Oder so. Keine Ahnung. Umrühren. Irgendwas. Sieht einfach zu nice aus. Und jetzt hier eine schöne Wattwanderung. Das sieht auch einfach zu nice aus. Und hier. Hä? Okay. Oh. Oh mein Gott. Was ist das bitte schön? Ist das einfach ein Eisblock? Mit Powerade zusammen? Kennt ihr dieses blaue Getränk, Leute? Alter Schwede, Mann. Und das ist einfach ein perfektes Dinger geschnitten. Und yo. Okay. Ähm. Du blinzelt jetzt einmal. Und der hat dir deinen ganzen Salat geschnitten. Der hat einen Salatkopf vor dir. Und dann bam. Einmal geblinzelt. So hier wird alles auf einmal geschnitten, Leute. Ohne Spaß. Und das sind diese Kekse, Leute. Die wir immer bei unseren Omas essen. Ey. Ohne Spaß. Zu nice. Und jetzt hier. Oh. So wird also Kunstrasen gelegt. Das Ding sieht auch noch angenehm aus. Und ja. Da werden jede. Da wird jedes Teil einfach gleich groß. Ist einfach so. Und jetzt hier. Äh. Was macht er denn da, Leute? Hä? Buddelt er damit irgendwelche. Oh mein Gott. Der buddelt damit irgendwelche Sachen aus. Das ist so ein. So ein Kennerding. Und ja. Perfekt. Da kann man es auf jeden Fall auch nicht mehr. Wegschleifen, ne? Oh. Freund. Jetzt mal ohne Witz, ne? Das sieht halt so heftig angenehm aus. Komm mal. Und dann zack. Wieder Bob wegmachen. Oh. Das ist halt auch alles dann richtig, richtig gleismäßig, ne? Also wenn du jetzt noch nicht abonniert hast, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Ja. Wie heftig realistisch kann die bitte schon Lippen mahlen, Leute. Ohne Witz. Sieht ja realistischer aus als meine Lippe. Sogar mit zu 2,10. Hm. Okay. Auch nicht schlecht. Oh. Ja. Da werden... Oha. Die Eier werden einfach reingepackt und dann irgendwo hinfachtet. Oh. Die werden einfach in irgendeiner... Keine Ahnung was eingehüllt. Sieht aus wie... Wie Lehm. Aber ich stelle mir nicht halt lehmartig vor. Und jetzt... Was ist das hier, Leute? Ach. Das ist denn das Ei? Oh mein Gott. Wie sieht... Wie sieht das bitte schon aus? Und yo. Okay. So können wir auf jeden Fall auch Lippenstift schneiden. In so richtig kleine Scheiben. Aber was bringt einem das, bitteschön? Ist doch voll Verschwendung, oder nicht? Oh. Blub. 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 Guck mal. Die werden alle perfekt abgetrennt. Immer gleich groß, Leute. Nicht... Ein Ding ist größer als das andere. Weil es immer im selben Rhythmus ist. Maschinen sind einfach... Die sind zu heftig, Leute. Ohne Witz jetzt hier. Und... Oh. 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 Was ist das, Alter? Das ist ja irgendwie gefühlt, der dünnste Teig der Welt. Ey, wenn ihr so eine Pizza draus essen wollen würdet, Leute, dann haut jetzt mal auf den Like-Button. Ohne Witz. Lassen Sie 10.000 Likes schaffen. Aber das sieht halt echt krass aus. Ich glaube, das wird gar keine Pizza, oder, Leute? Wäre das eine Pizza? Sieht mehr aus wie... Keine Ahnung. Schwer zu sagen, Leute, oder? Ist das eine Pizza? Ne, es wird eher so eine Dürrenrolle, ne? Oder... Eine Teigtasche? Keine Ahnung, Leute. Kein Plan. So, hier. Schön Käse am Start. Frischkäse oder Fetakäse. Irgendwie sowas. Und dann noch mit Eigelb drin. Oha. Wie heftig golden sind die bitte schon aus. Lass mich reinbeißen. Ah. Ah. Leute, wenn ihr reinbeißen wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Oh. Wie die Nudeln hier einfach von heiß in kaltes Wasser reingehen, ne? Und dann anfangen so zu blubbern. Oh. Sieht echt richtig angenehm aus, ne? Oh. Das ist doch perfekt weich, ne? Bitte zerdrück's einfach. Ja, er zerdrückt es sogar, Leute. Ohne Witz. Und jetzt noch mit der Hand rein. Komm. Mit der... Ja, ja. Guck mal. Oh, die Farbe erinnert sich sogar. Alter. Warum wird es jetzt auf einmal braun? Okay. Keine Ahnung, warum. Aber es wird einfach braun, Leute. Kann ich auch nichts zu machen. So, jetzt hier. Wird jetzt irgendwie so eine... Mischung. Oha, nee. Da macht sie, glaube ich, einen Pfannkuchen raus, ne? Wird das ein Pfannkuchen? Auf jeden Fall jetzt in die Pfanne um... Nein, Leute. Ich glaube, ich weiß, dass das wird, oder? Oh, ja. Nudeln. Oh mein Gott, Alter. Das sind irgendwelche komischen asiatische Nudeln. Aber die sind auch... Oh, Pfannkuchen oder so, ne? Die sind so lecker aus. Was haben wir jetzt hier am Start? Irgend so ein asiatisches Getränk. Mit Geheim-Mix drin. Und dann hat er den Cappuccino einfach gemacht. Und jetzt... Ach, das ist ein Pudding. Guck mal, wie der da reinschneidet. Oh. Oh. Oh, und hier. Wie das abgeschnitten wird. Holy Macaroni, Leute. Ohne Witz. Und zack, hier auch nochmal rein. Die Hälfte. Oh, oh, oh. Ey, ist das... Das ist, glaube ich, Ton oder so, ne? Als ob man so etwas vergolden kann. Einfach rein tunken. Krass, Leute. Das ist wirklich Gold. Komplett Gold. Und hier schon wieder Eilgab auf so ein Draht drauflegen. Und dann kaputt machen. Nö. Okay. Kein Plan, warum. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir hier... Oh, erstmal so einen heftigen Zauberer, ne? Mit seinen Stäben. Und das Ding ist einfach da durch. Okay. Also wir haben auf jeden Fall auch vorgestern auf heftige Zaubertricks reagiert. Schaut ihr euch unbedingt an, die Episode, Leute. Die ist sehr, sehr nice geworden. Also das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Schaut gerne in der Beschreibung, das ist das Video dann auch verlinkt. Aber hier macht er auf jeden Fall mit seinen Zaubertricks sehr, sehr viel, ne? Ich meine, ich check das alles nicht. Keine Ahnung, warum. Sieht auf jeden Fall voll heftig angenehm aus. Hier, Tüte ist leer. Was holt er raus? Ein Kaninchen. Ne, doch kein Kaninchen. Was jetzt? Jetzt ein Elefant. Immer noch kein Elefant. Wieder eine andere Tüte. Okay, wieder nichts. Jetzt will ich einen Löwen sehen. Und wieder eine Tüte. Keine Ahnung, noch was anderes aus als eine Tüte? Tüte ist leer. Jetzt ein Löwen. Jetzt aber wirklich ein Löwen. Wieder noch eine Tüte. Mit ganz viel Geld. Muss man nicht verstehen, oder? So, hier jetzt. Als wäre das eine Lavalampe, aber ohne die Lampe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich deep, Leute. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine krasse Kunst. Da kann er ja quasi nur zu einer bestimmten Zeit das machen. Ich meine, es ist ja gerade nur heiß und dann kann er es bewegen. Aber wenn es abgekühlt ist, Leute, ist das Stein hart. Dann kann er dagegen nichts mehr machen. Denn er muss da mit der Zeit arbeiten. Und ich frage mich, was das wird. Wer es da raten kann, kriegt auf jeden Fall ja, fünf Jahre mehr Glück, als wenn man schon abonniert hat und geliked hat. Aber ich glaube, es wird ein Weihnachtsmann oder so, ne? Hätte ich mir jetzt auf jeden Fall vorstellen können. Jetzt wird hier schön die Blume perfekt angemalt. Uh, das sieht richtig angenehm aus. Okay, er ist jetzt also da mit einem Hammer und dem Glas. Ähm, okay. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig ver... Alles klar. Okay, und die trifft... Ja, jeden Golfball perfekt. Und nicht irgendwie zwei gleichzeitig. Nein, die ist acht Jahre alt oder so. Und trifft da jeden Golfball perfekt. Und jetzt wird hier perfekt die Schokolade geschnitten, ne? Uh, in perfekten Scheiben, Leute. Ui, ui. Oh. Uh. 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 Oh, das Gequietsche hat mich am Ende doch noch abbekommen, Leute. Ohne Spaß. Es war so heftig angenehm. Aber mit dem Gequietsche, Leute, war mir das leider echt eine Nummer zu viel. Aber hier, du bist schön. Okay? Leute, ihr seid schön. Denkt dran. Ihr seid schön. So, hier. Der Flex mit der Rolex. Oh, man. Oh, man. Das geht doch auch so weit. Rolex Flex, Leute. Mit dem Rolex. Alles klar, Dinger? Okay. Also, das war es jetzt gewesen, Leute. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Haut auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Checkt ihr dieses Video aus. Einfach draufklicken. Dann kommen wir zu dem Video. Sieht mir auch nach einem geilen Video aus. Also, nicht nur wer würde ich draufklicken. Sieht echt cool aus. Und, ähm, ja. Checkt die anderen Videos aus, Leute. Ihr wisst Bescheid. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.